Also es gab zum einen Zuhause, da war es sehr, sehr streng. Mein Vater ist streng religiös auch, deswegen hat er auch so an uns weitergegeben. Dann gab es die Schule und dann gab es die Straße. Das dritte Spielfeld, wo man nach ganz eigenen Regeln noch mal gelebt hat und dort auch bin ich die ersten Male dann in der frühen Jugend schon mit Kriminalität in Berührung gekommen, weil die Leute, die sich halt draußen rumtreiben, den ganzen Tag in den Parks sind, auf der Straße sind, sind es halt auch meistens die kleinen kriminellen Jugendlichen. Also es hat angefangen mit Diebstählen, ein Diebstahl war wie ein Sport für mich sozusagen. Bin auch mit 14 das erste Mal verhaftet worden und vor den Jugendrichtern und habe Sozialstunden bekommen. Einbruchsdelikte gingen dann auch los und irgendwann habe ich dann, kurz bevor ich 18 Jahre alt geworden bin, eineinhalb Jahre Haft bekommen. Als die Zelle zu war, war dieses Gefühl von Ruhe da. Keiner will was von mir. Ich bin weg von den Drogen erstmal, von diesem ständigen Kiffen, ständig betäubt sein. War ein gutes Gefühl. Aufatmen. Zukunftsängste kamen dann irgendwann. Was mache ich, was mache ich mit meinem Leben? Ich habe mir gesagt, ich will nicht so enden. Ich will mein Leben nicht wegschmeißen. Ich will irgendwas aufbauen. Ich habe irgendwann meinen ersten Job gefunden bei McDonalds. Und da ich ja was aufbauen wollte, unternehmerisch, ich hatte diesen Ehrgeiz, was zu schaffen, habe ich angefangen, das Geld in Drogen zu investieren. Und dann neben meinem Job, den ich hatte, Jungs laufen zu lassen auf der Straße und für mich Drogen zu verkaufen. Ich hatte eigentlich nur Glück gehabt, dass ich durch einen Schicksalsschlag vorzeitig rausgezogen worden bin aus diesem ganzen Milieu und einfach nicht mehr handlungsfähig war, weil es mir nicht gut ging. Alle Leute, die mit mir zu tun hatten, sind untergegangen sozusagen und haben lange Haftstrafen nochmal bekommen. Und dann habe ich am Abendgymnasium meinen Abschluss nachgemacht. Ich habe nebenbei ein Online-Business aufgebaut für mich, weil es unternehmerisch für mich interessiert hat. Ich habe angefangen zu studieren. Parallel dazu habe ich mir eine nebenberufliche Ausbildung finanziert zum Life-Coach. Jetzt stehe ich, wie gesagt, am Ende von meinem Studium, arbeite in der Kriminalprävention mit jugendlichen Straftätern, Intensivtätern, mache aber auch Aufklärungsarbeit an Schulen und schreibe auch über diesen Bereich dann meine Bachelorarbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.